Herzlich Willkommen zurück bei E-Term-C. Joa, hier startet jetzt das Singleplayer. Und ja, in einer neuen Welt. Wow, geile Welt. Schon zerkliftet hier unten schon. Oh, genau, Creative. Ich hab grad erst die Welt gemacht. Und wenn ich die direkt im Survival mache, hab ich die Last ja irgendwie nicht mehr. Dann können wir mal eine neue Sache ansammeln. Ja. Die zocken hier mit einem Mods, wie man sehen kann. Auch und unter anderem auch Battle Towers. Glaub ich. Ja. Und, egal, wir haben hier direkt ein Dorf. Könnt auch noch mal gucken, dass ich nicht irgendwie was gescheitert hab. Ich hab nur Bonus pro an. Ich hab noch einen Schanz ein bisschen leiser machen. Beta PPP. Hab ich natürlich auch drin. Sieht aus. Ähm. Beta müssen leiser. Musikblöcke kommen aus eigentlich. Auch ein bisschen leiser. So. Feindliche Kreaturen. Egal. Ich hab euch jetzt extra im Prinzip gezeichnet, dass nachher, wenn man uns sagt, äh, du hast hier Sachen erschütet. Nö. Hab ich nicht. Warum sollte ich auch? Hm. Es ist nur nicht das erste Mal, dass ich diese Welt hier zock. Ja. Das gebe ich mir natürlich auch zu. Ich hab mir jetzt die Text rausgesucht. Weil ich fand, die Welt sieht recht cool aus. So mit dem Dorf auch. Ist dann nur noch ein Dorf. Ach genau, Optifan ist auch noch drin. Nö. Nö doch nicht. Und Shaders. Könnt ich reinmachen, wenn ich will. Und hier wollte ich dann nachher mein Haus bauen. Ah. 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 Damit ich das machen kann. Ich muss das aus Japan. Wie sagt der? Zoomt. Das erschreckt mich. Ne. Wieso gewann ich doch auf U? Egal. so die zentere auszuholen ich kann sich nicht sehen ich habe es so ich habe es so gemacht ich habe das Modpack normalen Launcher erstellt dazu kommt auch noch ein Video wie man sowas macht aber tobt einfach bei Tutorial Center zum Beispiel vorbei der hat es auch schon mal gezeigt von dem habe ich das nämlich auch die Idee und das ist meine Angst genau ich werde erstmal die Monster ausmachen bevor ich hier gleich direkt draufgehe in der ersten Folge bevor ich hier überhaupt ein Bett habe das wäre echt ärgerlich jetzt mal eben ich kenne mich leider hier schon ein bisschen in der Welt aus halt gebe ich auch zu ich habe hier schon mein erstes Haus gebaut gehabt nur ich habe mir gedacht ne wird Kacke kommen wenn ich dann da schon direkt am Anfang irgendwie ein Haus habe mit dir und schon dir Equip und so deswegen habe ich das erstmal nicht gemacht und ja wollte halt hier richtig anfangen richtig anfangen richtig anfangen k 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 Trotz dass hier im BetaPVP-Mod auch sowas genutzt, ich fand das halt ein bisschen besser, weil dann ist es wie ein Hexet halt. Dann konnte ich schon mal die Hose ansetzen. Ne, doch nicht. Egal. Knochen, renn ich überhaupt. Ich überhaupt. Ich überhaupt. Ich hab' natürlich auch ein paar Materialien für mich zum Vorteil werden, aber ist offenbar nicht so schlimm. So. Gleich haben wir unser erstes Eisner Group. Ich hoffe mal ihr seht genug. Ich muss gleich noch erstmal Fackel machen. Das Eisner Group war nicht hier. So viel kann ich euch sagen. Klingt zwar scheiße, aber wir finden hier viele Erze. Wohl in der Welt. Wohl in der Welt. Ne. Das war nicht erst. Das waren hier diese weißen. Weisen. Oh. Weißen. Deo-Themen. Wie auch immer die heißt. Warte. Deo-Ri-Themen. Die hier. Und aus dem muss ich auch noch bauen aus dem Granit. So. We have. So. We have. Neck. 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 Vorsicht von 2. 2. Inbierzig. 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 Er war ja bei Konk Ruth. Oder auch umversorgenlos. Er hatte es gesagt. Um. Ich hab gerade irgendwie. Ich glaub 60 PS hatte gesagt. Dann. Herr Kinoch IPs. Ja. Ungefähr so ein Gitzender, doch. Ja fuck. Das ist ein B squatsumbergerber. Aber. Deru, 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 dieu. Aber auch nochmal für euch, damit ihr euch nicht nachher versperrt. Ein paar Fackeln. Und, dann ist der Magra. So. Ich werde jetzt nicht schicken. Ich hab extra noch ein paar Schicken an, aber nicht zum Schicken. Sondern, hab ich ja schon gesagt, für... Für... Fürs Inschlussverschiedene halt. Manche Songs gehen mir so auf den Piss. Genau. Hier. Ja. Sieht eigentlich doch recht geil aus. Dann kann ich hier so durchrennen und sehr schön. Das ist Lava. Wow. Die Karte sind wirklich automatisch. Pull. Ich guck mal eben, wie lange schon... Ach nein, was geht hier noch? Ich wollte nicht länger als 15 Minuten jetzt ungefähr die Folgen machen. Es kommen auch noch Regeln. Wie zum Beispiel... Was passiert, wenn irgendwie... Ein Creeper mein Haus schränkt und sowas. Was ich da machen darf und was ich nicht machen darf. Ich bin dafür, dass ich... Bestimmte Sachen schicken darf nur. Und nicht alles. Ist ja wahrscheinlich meistens eh mein eigenes Verschulden. So... Ach fuck, ich wollte doch erstmal... Schwert machen. Und klappt das jetzt? Oh fuck. So. Ach doch. hab ich auf R. Gut. Und das klappt. Das ist cool. Das ist gut. Ich hab extra... Ne, hier irgendeinen... Tricks-Mod reingemacht. Damit ich... Ja, manche Sachen... Also direkt sortieren kann. Ich hoffe mal... Es stört euch nicht. So. Ich brauche einen Helm noch. Na, vor kann ich mich nicht machen. Schuhe habe ich. Ja. Zu wenig Eisen. Ja. Dann würde ich sagen, jetzt müssen wir uns gleich mal ran, dass wir so lange so einen Stein abbauen. Hier soll ja mein Haus sein. Würde ich sagen, kann man... hier so eine Farme machen. da wird ja zwar erst mal ein bisschen hänger, nur ich wollte noch nicht direkt die Sachen wegschmeißen. Ist ja auch zu schade dafür. warum ich jetzt überhaupt hier zuerst habe warum nehme ich immer die Befehle an, wenn ich nicht direkt hier machen kann ich wollte mein Haus eigentlich ins Holz machen Tag 1, 6 Uhr brauch ich mal den Cut auf C komm, hab ich warte mal hin was soll ich denn hier auf C Target Sneak brauche ich doch gar nicht ich hab Sneaken auf L hier, L-Shift ich hab erstmal geguckt, welch kann man hier vorn haben beim 1 heißt L-Control, beim anderen L-Shift wo ich jetzt die Karte so 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 jetzt verstehe ich das auch mit dem d ich bin nicht nur aus dschungelholz bauen das ist ein bisschen rum das gewehr sieht auch schön aus es gibt ich weiß nicht ob man zerstört der Vollpfosten unter uns hat Musiker volle Pulle ich sag's ich macht's auch zu früh gefreut ich hab schon gedacht der macht die jetzt aus wenn es bockert kurz leiser ja und dann fängt es an zu legen so ich sage guck mal eben noch wie ich sagen sehen uns hier in der nächsten Folge weiterbauen wir hält bei diesmal die Bäume ab ich sage bis zum nächsten Mal bei e2mc, ciao!